ich komme jetzt nochmal angefahren dann also ich fahre richtig komplett voll komm hier an, bremst hier richtig hart runter und halt dann vor dir an, kriegst du das hin? wenn du angefahren kommst du mit einer langen tüte unten, dass du genau auf mich drauf kommst wollten wir jetzt noch was oder haben wir denn alles? jetzt sieht man raus, bremst du ab hier so, reicht dir das aus? ja ja, ewig auf der geraden strecke ich bin so gespannt, also wollen wir jetzt nochmal neu anfangen? hi liebe mopedfreunde, heute sind wir auf dem weg zu einem richtig geilen ort wo wir gleich so richtig die sau auslassen können und wir haben hinten ein kleines schmuckstück drin stehen was absolut nicht schön ist, was auch vom fahrwerk her gesehen eine ganz schöne ranzkarre ist wenn man es jetzt einfach mal so sagt, ja es wird gleich so krass, ich freue mich schon ich kann es gar nicht erwarten, wirklich weil ich bin eben bei uns eine runde auf dem betriebsgelände gefahren und ich freue mich, ich hoffe nur dass es hält wir werden sehen schaut euch diese große und geile Landebahn an, die haben wir zur verfügung gestellt bekommen von der Kartbahn in Hüterbock, das ist nicht weit von Berlin weg und ich bin da eigentlich aufgewachsen, weil wir da so viel Kart fahren früher waren und ich kann es nur jedem empfehlen, weil die Bahn ist so groß wir haben aktuell so eine modernen Leihkarts da, wo es auch wirklich Spaß macht weil die Fahrwerke gut funktionieren ohne Scheiß, schaut mal auf der Website vorbei und wenn ihr im Sommer richtig Bock auf Kart fahren und Action habt seid ihr hier definitiv genau richtig Dankeschön, dass wir das hier nutzen dürfen wir haben hier so eine geile Landebahn und wir können hier hoch und runter fahren mit allem was wir wollen, so übertrieben gesagt und das fetzt einfach mega geil von schlang der R Seo da das können Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020